so dass ich ja schon wieder bei besten ich denke sind jetzt kurz am Schluss Part von Fio schaut ganz danach aus hinter dem Clown-Hartigen aussehen der Joker ja wir starten einfach gleich warum hat er das Eisröbel geschmiss das hätte man noch essen können nachher Joghitz ein anderes darf die Nerven zu tun spitze es in der Rhythmik erlückt erinnert mich irgendwie in den Film von Batman also den Arten nicht in den D&D nicht die Dark Knight Trilogy sondern Prozent also die Forte Dark Knight die Forte Dark Knight Trilogy war da gab es ja schon mehrere Filme von Batman die Dark Knight Trilogy mit den Schauspielern weiß ich jetzt zufällig nicht war er die letzte ne da ging es doch irgendwie rein ach ha ha nein nicht draußen ach geil da ich ja eben den Schock gesehen hat habe ich irgendwie das Gefühl dass wir jetzt oha da erst mal von Robin einen anderen Anzug brauchen leuchtet irgendwo das Dingszeug wer nein nein ich habe das Gefühl wir kommen jetzt wirklich ziemlich nah an das Ende ran da meine ich wirklich ziemlich ziemlich nahe denn aktuell schaut es ja so aus als wären wir ja wirklich kurz davor das zu beenden eben dadurch dass wir jetzt gerade vorher den Schoko gesehen haben da ist was da ist was ein Batman Teleporter also Teleporter und komme ich eigentlich immer auf Teleporter nein ein Batman ein 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 eine Bombe hinzustellen PHA 10 record wurden die syche und keine Sorge jetzt er ob in Zeiten einen einen Satz mit nah in der Linie er hat noch keine Ahnung wo man da zu können sollen aber wir werden das schon was finden mal hier im Kommen springmeister Samerson mit okay open server service Jo, ist gut, Leute. Doch schon mal jemand erklärt, dass man nicht auf Menschen schießt. Oh, nein. Hm, 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 hm. Das ist mal, ist wieder die Schwell hier. Nee. ich stehe da etwas auf der leiter vielleicht sollte ich mir abgehöhnen zwei parts direkt hinterher aufzunehmen es tut der stimme nicht gut und durcheinander kommt man auch ich würde gerne schlagen aber der lässt sich gar nicht so da gibt es bänke zum zerschlagen nein gibt es nichts zum tun ich wusste doch ich bin ich bin ich bin ich bin m den Leuchten den Platz nein nein wenn dann bleibe schon vom Betrieb aber wir müssen da irgendwie reinkommen ich habe schon versucht die Tür aufzuspringen ich glaube nicht aber ich glaube die die Zeit verhaftet er habe ich mir fast gedacht ich habe schon versucht mit dem Auto reinzukrachen jetzt schon ja da drüben gibt es noch was gut da kommt wieder nur so ein grün aus Zeug nach Hause ja ich glaube ich mache noch mal eine ich mache jetzt eine kleine Pause noch außer ich finde jetzt auf die Stelle was ne denn ich habe irgendwie das Gefühl ich bin schon wieder da viel zu verpeilt für die ganze Geschichte hier und da ich das aber nicht wieder unnötig in die Länge ziehen will so wie das letzte Mal mache ich lieber jetzt schnell einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder ja mach weiter können wir das Zeugwerk irgendwie hey es ist nicht so ein Verschiebeblatt ach ja immer das gleiche wenn die Lösung verhaut und liegt dann finde ich sie nicht aber da geht die Tür auf lustig oha die können wir doch schon schubf da einfach mehr oder weniger ihre Kollegen runter naja und jetzt habe ich noch eine Idee für was die Wasserwerfer da oben sind und jetzt habe ich noch eine Idee für was die Wasserwerfer da oben sind da hat die uns doch da wirklich eben mit gesprengt ich werde nein ja auch gut also zwei mal eins rm erwischt natürlich haut jetzt ab ich muss hier mit dem Auto wieder weg der Stücke so oh nee ist ich nicht ausgegangen darunter zu springen m dann gehen wir halt rein weg mit dir so so oops sorry Robin wow Wahnsinn nee das wollte ich nicht sicher das zusammenbauen okay Robin kommst du wir brauchen deine Bergsteiger Skills es 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 hoch mit man open with this to the comment session aber auf das team wird vom beiden wo we die und das ok und so kein damal und so und um geht's Obere da, runtergefahren! weg war mit dem stört hier nee das war zu früh losgeflogen nein warum bin ich da immer abgerutscht ich jetzt nicht ganz nein 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 die es Hahaha, geil. Ach ja. Äh. Oh, ha. Geil. Heißt, da kann ich jetzt nochmal... So wie es ausschaut, alle... ...technischen Spieler ein. Ich muss das weiter hervorn machen. Äh, alle technischen Spielereien nochmal zum Einsatz. Robin, einmal bitte hochkommen. Hallo ihr beiden. Hahaha. War ja klar. Jojo. Okay, ist doch vielleicht nicht so eine gute Idee. Oh. Das war auch keine gute Idee. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Komm, komm, komm. Jetzt. Ich hab dich. Nicht, du hast mich. Gut. Vielleicht kennen wir jetzt gleich mit. ... ... ... ... oder auch fliegt zu viele berein in der gerät zum erschießen zu sagen gelassen wir schaffen wir schaffen doch da ist eine harte Lust, das geh ich zu. Da ist er da. Was ist denn los, jetzt halt ein Schiss, der immer mehr kommt? Oder... Ich glaube, der hat immer mehr vor, ich glaube. Oh, der stellt mich... Zu blöd beim Schießen. Kann natürlich auch sein. Oder auch nicht. So, also gleich haben. Ein Herz hat der Lute noch werden. Nein, ja, ja, ja. So, Joker, der lustige Typ. Er hat natürlich einen Haufen Herzen. Wow. Wow. Wer da mit einem beschäftigt ist, haben wir mit dem anderen drauf. Eine in meinen Augen einigermaßen gute Taktik. Oh, ha. Oh, oh. Oh, oh. Das ist ja gut. Ja. Sehr gut. sehr schön ja da war schon besser dran das sind dann nur die Punkte die wir gesammelt haben also da bin ich sicher nicht der Beste aber ist mir ziemlich egal, mir hat das Spiel gefallen und um das geht es endlich fast 500.000 Punkte hätte ich gesagt wir schließen die Story ab und Tja da sitzen jetzt alle drinnen ja 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 hat sich da einfach mal vor den Mund gestellt nicht ja quell du du so damit sage ich jetzt Danke zu Lego Besser fürs Zuschauen in meinen Augen ein Superspiel es gibt ja auch den zweiten Teil wenn man definitiv auch letztlich weiß noch nicht wann denn als nächstes kommt wieder ein etwas anderes Spiel das Spiel war jetzt komplett im Voraus aufgenommen ich hoffe es hat mir dafür nicht böse aber so ist mir das Ganze einfach lieber als immer abzuwarten und so weiter und damit lasse ich jetzt die Kölne zu schlafen sag Danke und Tschüss bis zum nächsten Let's Play bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020